Guten Morgen Internet! Willkommen beim Flashback. Was diese Woche alles passiert ist, unter anderem Flexis, seht ihr jetzt. Jetzt müssen die Highlights sein. Ich hab gemerkt, der ganze Ballast hat dich fast schon erdrückt. Wir waren das perfekte Paar, nur verlassen vom Glück. Ich gucke Fotos an und denke, fuck verdammt, bist du hübsch. Ich habe neben dir gelegen, dich gehasst und vermisst. Frage 5 lautet, wie viel Paar Socken besitzt der Mensch in seinem Leben? Verlust? So schöne Rheumasocken. Löcher? Zählen meine Rheumasocken? Das ist viel zu wenig, oder? Naja, ich sag mal 800. 800? Ich sag 100. Ich hab eine ganz coole App auch auf dem Handy zum Beispiel. Es gibt ja viele Organizer-Apps, wo ich mir das einfach... Da braucht man ja mit meinem Buch, dann hat man das immer dabei, da kann ich das immer abhaken und dann geht es mir besser. Selbst wenn nur ein Punkt da weg ist, geht es mir besser. Aber manchmal habe ich so viel Stress, dass ich einfach, bumm, ausschalte. Aber wenn man schon ungefähr weiß, dass man auf kleine Details achten muss, macht es das einem schon mal ein bisschen einfacher. Ich check eben mal die Augen. Ist auch gar nichts. Du bist jetzt richtig gedingst von den Augen. Das muss ja was richtig Kleines sein. Oh nein, 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 nein. Einmal die Notiz auf dem Notizblock links und einmal noch dieses, hier, der hat so einen weißen Streifen. Oh mein Gott. Genau im richtigen Moment. Boah, aber beide gleichzeitig. Jung Gehirn ist immer noch aktiv. Was los? Minecraft Bad Wars oder was? Trump ist sehr viel... Er schreibt einfach so ein Wort und sagt so, yeah, you feel it. You feel the world. Cool. Du fühlst nun alles, was ich schreibe gerade und dann Trump wäre so, nein, 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 nein. Da ist einiges passiert. Hat dir gut gefallen bei uns? War super, war mega. Ich habe mich wie zu Hause gefühlt. Super, mega, wie zu Hause. Das haben wir auch gemacht, ist deswegen haben wir immer Backstunden im Hintergrund. Das wirkt so ein bisschen heimelig. Das so luren wir die Leute zu uns rein und wir luren euch natürlich auch noch zu zusätzlichen Hausaufgaben, die aber cooler sind und was ihr uns da alles geschickt habt, den wir jetzt. musik danke wie immer für alle einsendungen freut uns sehr dass ihr mitmacht vergesst jetzt nicht zu abonnieren checkt nochmal flexis ab vor allem die folge mit ihm hier gibt es nochmal eine playlist mit allen folgen komplett falls irgendwas ein funken an interesse in euch erzeugt habt könnt ihr das da nochmal abchecken und dann vergesst nicht zu abonnieren damit ihr keine folge mehr verpasst ciao